so hallo und willkommen zurück zu einer kleinen runde league of legends wir spielen heute den doom bots modus auf der stufe 5 das heißt gegen die härtesten der härtesten mit dabei sind tim beinahe und so ein bisschen giften vorliegen auf geht's ab geht's dreimal erst einmal schießt nicht schließt das ist ein deutscher ich habe mich schon wieder das ding am arm abgepult nur fabio noch keiner wissen ich sie hilft einfach so was er in der römer war es gut Aber ich hatte auch ein, zwei Mücken, die meinten da die ganze Zeit rumzuschwören. War das so ein Duo aus zwei Mücken, die sich den ganzen Monat verfolgt haben, oder wie? Ja, eines Tages habe ich sie dann erwischt und dann kamen die nächsten zwei. Dann kamen die Cousins. Wer ist eigentlich wo? Ich weiß nicht, bin jetzt gerade auf die Bottling gerannt, mir egal. Geh mal nur in die Mitte. Ja, Fabio, du musst in die Mitte, ne? Nee, ich will immer nicht. Ja, gut, dann geh ich in die Mitte. Okay, dann geh ich in die Mitte. Mein Zoom is way too loud. Ich find den Schwingle. Ja, komm mal hier hin. Wohin? Ja, spinnst du. In die Welt. Die gehen nicht in den Dschungel. Wir sorgen schon mal ein Blut von Anfang an. Ja, und ich soll euch da helfen, oder was? Ja, klar. Wir haben alle kein Smite. Die machen bei 950 oder so dem Dragon. 390 Damage fehlen durch keinen Smite. Also bleibt ein bisschen länger hier. Ja. Ja, damit ich meine Midlane hier verliere, ey. Ach, halt die Schnauze. Ach, halt die Schnauze. Ach, halt die Schnauze. Alter, Luft ist die Spassion, du Blut. Wenn ich habe, kann ich öfter drauf springen. Oh, ich will bitte bloß nicht gegen Galio sein. Also ich bin gegen Lux und gegen Meiser. Weil Galio ist einfach nicht zu töten. Ja. Ja. Und wenn man es halt schafft, kommt er noch weg. Galio ist nie auf eine Welt. Wir sind gegen Morgana und Katus. Nein! Ja, dann kann ich nicht so lange bleiben. Ja, Morgana ist auch scheiße, ey. Okay. Ja, aber Morgana kann man... Ich hab... Gut, ich hab noch nie gegen Katus gespielt. Aber, äh... Guck mal, wie der schon aussieht. Ach so, das ist ein Skin. Na gut. Jaaa! Du, Alter. Dieses Lux-Ding ist so OP. Alter. Hä, was... welcher Spell ist das denn? Was? Äh, wenn er so drei Kreise macht. Ulti. Na? Das ist halt auch noch ein Taunt. Also das ist einfach... Ja, er hat sein... Er hat seine Ulti so als Mini-Ding, die er irgendwo play... placen kann. Und da hat er... Ach, der hat schon alle Fearspace am Anfang. Nee, die Ulti ist es nicht. Es ist so ne Art Ulti nur in Mini. Dieser Fiddlestick Silence, da weißt du? Diese Krähe da? Die feert auch anstatt silencen. Das ist ja halt noch besser. Ist irgendwie so ne... Scheiße. Ja, Alter! Ey, mein... Fette! Erstmal Double-Cade hier. Jaaa! Glücklichstens noch schon mal. Katus ist jetzt in der Totenpässe vorne gerade. Nice, nice. Ich geh' in den Jungle. Hinsicht! Szene Jaja Hebly Anruhe über das ist wenn er ist ein Kali Teil du kennst doch das wenn Katz tot ist dass er da noch lebt und das kann er einfach machen wenn er noch lebt zu erlösen hat das Akali hat die Akali er hat der Kani Prozent Gali kann einfach so unsichtbar werden er erinnert ich bin mit die Presse für die große hat Meise hat er war mit und machen denkt bei dir um ein Gott ich bin als er wir schaffen es es haben wir ein aber ich okay gut er hat sich geflasht es hat sich gelohnt es hat sich gelohnt aber so egal ich push jetzt erstmal richtig also ich werde die ganze zeit pushen und pushen und pushen ich muss sagen mit mit kaitlin hat das ganze nicht so gut funktioniert die meisten alle käschen doch nicht so gut aber jinx deswegen der hohen range ganz gut mit dem raketenwerfer er hat auch eine hohe range ja aber das mit dem raketenwerfer mannig gibt es eigentlich gibt alle champions hier nee weil die du hast nee als gegner nee nur bestimmte eigentlich nicht mehr als 15 ich glaube nur zehn oder vielleicht so er kommt egal oh mein gott aber das ist ja der modus geht ja auch nur irgendwie zehn tage und urf und so kommt er bestimmt auch noch mal wieder und wenn das dann halt wieder kommt kommen vielleicht andere champs es gab doch mal dieses zu gut oder das war so ein kleines mini game im browser da konntest du mit schon gerade durch die welt ziehen und hast die ganzen häuser runtergetrampelt ich bin heute und es gab so ein lustiges astro team und spiel da ist man es gibt so ein spiel auch fürs handy ich weiß gar nicht mehr wie es heißt irgendwie so ein typ mit einem jetpack der fliegt man da so von links nach rechts die ganze zeit ja musst du lasern ausweichen genau bloß halt mit astro team und spiel alter diese cages alter wie ich gerade meinen flash gespannt habe ich finde es ja so geil wenn man selber mal äh er hat den heimitiert und wird besucht ja wenn man vielleicht alle fünf schafft dass man so ein game schwingt aber die einzige Chance gegen diese Bots ist halt dass es dumme Bots sind und wenn es dann sehr zu krass nun manchmal später da ist dann das ist so diese Mod da ist jetzt so unnötig welche? die der hat da ja stimmt aber wirklich da habt ihr recht alter morgen hat den victor laser unfrozen mullet und halt ihr Mullet 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 Malkerei also Frozen Mullet den victor laser ich würde sagen Frozen Mullet ausgesprochen nein Frozen Mullet Handschuhe halt oder so nicht Mullet ist ein Hammer aber das ist doch kein Hammer natürlich ne ne ich glaube der Frozen Mullet ist der Hammer stimmt ne was ist denn an der Handschuhe Eisbaum Gauntlet ist das ne ne aber das hat sie die sind schon Half-Life hier das halt einfach so auf dem Boden diese Eisteile kommen und dann hat sie noch ich verliere gleich den Tower alter bis durch und dann hat sie halt noch und dann hat sie halt noch ihre Cages ey ähm wo sind wir denn Kartus alter der Kartus ist fast tot der ist so almost down aber der geht jetzt weg soll ich mal die ja 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 ah ah jetzt ist der Kartus erster Kill hier für uns komm rauf ja nein Shaco krass krass vielen Dank für die frühe Unterstützung was ich hab Ulti gegeben und alles ich hab sofort alles draufgekommen äh ich konnte gar nichts machen war die ganze Zeit gebeindet ja ach nein also hat die Shaco den das hast du nicht gesehen oder was ne da hast du zwei mal gemacht und hat sich getötet und ja mit dort durch und oh toll ist ihm jetzt hat Kartus die Schildaner Flammen äh bekommen die Schildaner äh die Idee äh er will jedes Mal wenn die Sterben bekommen die andere Pässe ist aber nicht jedes Mal so doch jedes Mal wenn die Sterben oh mein Gott oh mein Gott oh genau Double Buff hab ich fast die Lux gemacht was passiert sie macht Ulti war ein Partus macht Ulti ja ist natürlich schlecht ne wenn sie diesen Kreis schießt und du vom Bein denn getroffen wirst wirst du vom zweiten auch noch getroffen ja genau das ist mir ja auch passiert was kann Kartus denn aber so krass ne irgendwie können wir grad nicht pushen ja wo kommt denn die Lux her Alter das ist so sick hier gegen die beiden Spasten Guck dir mal den Kartus an der Meiser der Kartus aber was unterstützungen oder so oder soll ich lieber botlen nö ich geh den jetzt gibt oh so wie die der ist gerade wir müssen immer gerne wir müssen wir brauchen den Double Buff der Kartus ist gerade auf mich zugedance ja ich hab's gesehen also wir brauchen den Double Buff again ja der ist gleich weg der ist gleich weg Fabio hey Alter ich bin grad jedem Cage ausgewichen Spell immune Minions töten mich ich komm nicht mehr ran hast du Flash oder so mit die sind den ich und mir grad OOO-M Morgana ist einfach so krass ne das ist Soll ich einfach nie mit den Botsan ich könnte ja auch Kartenstark also dort sind also mal ich brauche den schießen jetzt kann es wieder sein so nie ist sind sie nicht so ist nur ein Minion mit ihrer Kiel oder mit ihrer W oder was ja dann explodiert es in noch einer das ist so krass was hat Karthus jetzt für schöne Bafs ah den Garen und ich finde ja den Hecarim äh klingt da auch richtig schlimm dreifach Tötung ja so ich soll da hinkommen und dann kommt auf einmal ein Meiser um die Ecke und dann bin ich halt geultet und kann halt nichts machen es war die Lux die gepinnt hat ey gegen die Morgana musst du echt dodgen wie ein Kühlnich sonst ist vorbei gegen Lux kannst du nicht dodgen Karthus ist so gut wie tot komm 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 wieso ja sniper 6 hier wieder die back Fabio ja ja ich hab den Katus gekriegt den Katus schaff ich der ist nicht so stark aber die Morgana wenn die bindet und Katus dann halt grad da ist och man Lux du bist so schlecht ich hab den Katus mann das ist der Messe heißt es allein ich greife ihn an toll diese Lose nicht gepackt aus wir können ja nicht spilt pushen das ist einfach so Wir müssen einfach nur mitpushen jetzt. Ja, ist doch gut, wenn Vaira jetzt pusht. Weil guck mal, nirgendwo können wir zwei Leute töten. Es sei denn wir alle fünf gegen zwei. Vaira! Was soll ich mal runter? Wir sind ja ein Paar! Achso, Kartus ist gerade nächster. What the fuck, wo kamen die denn her? Ja, Kartus hat Swain. Hab ich auf der Lane gesehen. Die wandern zwischen dir und mir, ey. Bist du bereit? Ja, ich würde in den anderen Jungle rennen, ey. Liegt euch nicht mit der Morgana an, Mann. Lernt ja nichts dazu. Wir können nicht fighten. Die hat gecaged. Mich gecaged. Die hat mich gecaged, ist auf mich zugeflasht und hat Ulti gemacht. Die hat sich geflasht, echt? Die hat sich auf mich zugeflasht. Direkt auf meine Position. Und dann halt ein Meter vor mir den Binding. Was? Zur Hölle macht der Galio dort? Ich weiß nicht, aber ich werde auf jeden Fall kommen. Nö, ich finde es ja gut so. Ah, der hat die Anivia Passive. Ey, komm schon, ich will auch noch. Den kriegst du. Sehr schön hier. 16, äh, 6, 17 meine ich. Das schafft wir. Wir müssen einfach nur die Lanes treffen. Die Mitte schaffe ich schon. Warte mal, jetzt kann ich eigentlich... Gebt mal auf die Top-Lanes. Gebt mal auf die Top-Lanes, jemand. Nein, ich push. Ich push. Nein, gebt mal auf die Top-Lanes, sonst gibt es Tower Down. Wir müssen einfach pushen. Dann gehen die von alleine weg. Ich habe jetzt gerade Zeit zu pushen. Läber. Die werden nicht weggehen, aber... Soll ich euch helfen? Einer muss mindestens immer pushen, wenn eine Lane unter Druck ist. Ach, lol, das ist ein Dreieck von ihm. Ja. Sehr schön. Morgana ist Mist. Geil, er ist hier. Push mal weiter, Fabian, dann pp ich mich. Also, die beiden sind immer noch auf der Top-Lane. Wir könnten die eigentlich zurückhalten. Komm, Morgana ist hier. Nein! Scheiß-Ult hier, ey. Können wir nicht gewinnen. War, kannst du back hin? Ja. Ich habe einen Tower. Ich muss weiter. War, geh du mal back. Ich bin ein guter Pusher. Ja, ich mache nur noch. Ich pp nur noch, ja. Inhalber ist gleich down. Kriegen wir. Nee. Also, ich gehe jetzt raus. Die nächste kommt gleich. Ach, falsch. Einmal macht er so eine krasse Attacke. Guck mal, so schafft man das nämlich. Ihr habt da jetzt zwar einen verloren, aber die auch. Gut, die kommen damit nicht so gut klar wie wir. Und wir in Heweshopper holen. Ja, egal. Ach, du Scheiße. Äh. Du musst du dir sagen. Okay, ich bin. Ich kann mich, ich kann mich die Pina aber nicht schaffen. Moment sind jetzt Hongerz eigentlich nicht. Ach, du Scheiße. Okay, der kommt mit dem, der kommt mit dem Fall. Oh, der war aber ganz schön knapp. Die Hongerz sind irgendwie aus dem Online-Modus wie Notworte. Also, der Wort platziert? Nee, schade habe ich auch vergessen. Großes Nächsten. Da reicht, kommt zu dir, ja. Nein, das war mal im Achso. Ich versuche, das hier zu halten. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Nein. Nein. Ah, das ist so schnell. Galio ist so schnell, Galio ist so schnell, Galio ist so schnell. Mach doch deine Weh hinter dich oder deine E. Hab ich schon. Aber der hat permanent seinen Speedboost. I take an I. Go, Garen. Garen! Scheiße. Alter. Ich habe das bei mir gehört. Was? Vielleicht war bei dir ja auch einer. Das ist der Maße. Ja, ich war bei mir. Ich habe es gar nicht gehört. Die können wir nicht halten, oder? Nein, wir müssen einfach nur wave klären, noch ein paar Kuh. Bei dem Modell am Dienst zu Spaß, die... ...340 bis Sonias. Minion hat mich gesaved. Na, geht doch. Nein! Der random Garen, ey. Der nervt so. Boah. Boah, ich war ganz knapp in der Range drin. Natürlich sieht ich dieses. Den Galio können wir machen. Ich habe Ulti. vielleicht kommt jemand mir in der Mitte helfen. Ja, woher ist der Top-Verteil. Gucken wir mal kurz in Blue. Ich mach die Top-Verteilung, ja. Ja, pass auf. Da sind halt Super-Minutes. Ich helfe mit. David, die kommen wahrscheinlich von der Midlane alle hoch Runter, meinst du? Ja, komm, 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 Jai Ja, dann, ich würde was bald da Egal, Jo, kann man echt machen, wenn hier jetzt einer runterkommt Ne, wir pushen jetzt Ich schick dir mal eine Ulti Wenn sie trifft, kannst du reingehen Bleib hier! Scheiße, ich war bei dir langsam reaktiv Ja, Fritz war fäh Lux ist nicht da Aber egal, ich hab ihn verscheucht Einzigen, die jetzt kommen könnten, wären Lux und Galio Galio ist weg Komm mal zurück und blef die Mitte Nee, aber Galio ist wahrscheinlich weg, weil der... Die sind gerade am Tower Lowes Ja, die werden den hier down pushen, die doch bitte nicht Jetzt hat es Sonja, da, wo ist denn Fabio da? Jetzt ich hab weggeportet Galio, was bringt Jumos, damit du auch schneller pushen kannst Okay Ja Wär jetzt eigentlich auch das nächste gewesen So Ich wollte erst Slatek schützt Hat es mein Sohn erst eingesetzt, aus Versehen, weil ich da drauf geklickt hab Noch ein? Immer weiter Ich hab gar kein... Ah! 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 Let's ulti ein, wenn du hast Ah ne ne ne, ok, ok, das ist noch eine Mini-Wave Jawohl Junge! Jey, eh! Immer eh machen, wenn du kannst! Damit bist du schneller! Glaube ich! Nee, macht nur mehr Damage! Weg, 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 weg! Ja, ist auch besser! I am Morgana Cage und du bist so down, ey! Komm zu mir bitte, Fabio, äh, Joel! Warum? Achso Ja, damit, weil ich ranspringen kann! Oh, ich bin Morgana auf dem Slow! Um diese Luxury zu kommen Malva! Sie muss sich nun nicht mal sehen und trifft dich auf jeden Fall Nein, der tauntet mich! Ich bin da! Nein! Sehr schön! Good Job! Oben ist ein Ward, ne? Ich... Go! Die Botlane können wir pushen! Nimm ihn dir! Nimm ihn dir! Nimm ihn dir! Nimm ihn dir! Nimm ihn! Nimm ihn dir! geht einfach nicht da und na nein es ist tot da nimm uns Nimm dr 51 so Nimm aids die genug und 위에 zuieren d aber um Bert Leck bist du. Jay, bitte auf die Sprache achten, ja. Okay. Achso. Ja, ja. Ah! Sehr schön. Ja. Ja. Äh. In der Base ist ein Ward. Hm. Warum, äh, hätte sie auch zu einem Minion dann teleportieren können? Ist aber noch nicht da. Ja. Ja. Ja, wir haben aber floren. Ja. Alter, jetzt ist Carlo hier. Egal. Ulti, 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 Ulti. Okay. Okay. Go, 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 go. Damage. Ja. 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 helfen oder? Ach das war nicht die echte Magener Scheiße. Weißt du, da lauf ich in den Jungle rein und dann ist da im Jungle ein Garlio, ey. Weißt du, den kann man einfach nicht entkommen. Der hat zwei Taunts. Er hat zweimal seine Ulti. Einmal ein Mini-Format und einmal ein Bruchformat. Ja, aber den Mini-Format kann er mehrmals machen. Gleichzeitig. Eben, deswegen entkommst du ihn einfach nicht. Aber die taunten erst, wenn sie explodieren. Also man hat eine Chance. Ja. Ja, na klar hat man eine Chance, aber nicht in den kleinen Jungle gegangen. Ja. Wo es nur in eine Richtung nach unten geht. Mann, ich hab grad die Lux. Äh, ich dachte ich töte Morgana, aber dann war das nur so eine komische Schakko-Ulti. Ich meine Ulti dafür verschwendet. Ich glaub, Jinx ist echt gut in dem Monos. Ja, sehr schön. Und zurück. Ne? Ne? Geht nicht. Nicht, wenn der zweimal Unfallwundbar wird. Du musst weiter pushen. J, machst du den oberen Enheter da? Also ich seh die noch nicht mehr, aber die sieht gut aus. Ich glaub, die haben den gesamten Jungle geworden, du hast nur Spaß. Nein, ich glaub, die haben mehr pushen können, wenn sie einfach. Ich glaub, die haben mehr pushen können. Ich glaube, das haben eh alle Bots. Der Miser kann gar nichts, ey. Was denn jetzt hier ist das? Infinity Edge? Oder? Kartus portet sich weg. Oh nein, das ist wieder Mogena. Ah. Äh. Nein, sie fiel mich mehr. Ich hab ein Wort in deren Base. Ich hab... Ich hab... ...in 65 Sekunden. Ich will mich hier hinkochen, aber mir bringt es nicht so viel. Ich kann halt nicht schnell Tauerdauer machen. Hattest du mich kommend entgegen? Kommst du hier noch an mich ran? Äh, warte. Ich komm... Ich push die Mitte. Ich komm jetzt von hier noch ran. Okay. Mogena kommt vielleicht von oben. Ne, die war ja auf der Mitte. Ja, meine ich. Ich hab jetzt TP. Wir könnten uns alle TP in deren Base machen. Ich hab erst in... Haben wir ja nichts von. Ich hab erst in 20 Sekunden. Ja, es sind keine Minions da, da haben wir echt nichts von. Ja, wir tanken einfach die Tauer. Das wird nach hinten losgehen. Ja, glaub ich auch. Da sollten wir bei irgendeiner Lange dann... Wir haben keinen mit Schild. Wir brauchen die Lux, um uns allen ein Schild geben kann. Genauso haben wir auch gewonnen. Bei Doomwatcher 5. Und hätten mit Fabio gewonnen, hätte der... ...der nicht da mal auf die Liga vorgegangen. Wir haben wegen der Lulu eigentlich gewonnen. Lol, wie das keinen Schaden macht. Jemand kommt jetzt auf den Galil? Wärst du auf den nächsten Star gegangen, auf den nächsten Star. Die pushen ist einfach fort. Wird mich beharfen. Nein, nicht im Ernst. Da kommt einer. Galil kommt mit. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Galil geht in Top-Jungle. Ach. Was ist das denn? Was ist das denn? Hier keine... Komm, Joel, alles oder nichts. Ich bin tot. Ich muss sie noch ne Wehe. Und ne Kiel. Alter, viele... Man, diese Lux, ey, ohne Spaß. Ich finde die Lux am krassesten. Achso, also... Du meinst die Lux. Was hat sie gemacht? Macht immer Rückzug, ey. Oh, mach eine Idee. Oh, gut, was? Wo ist egal, Jun? Scheiße, der ist vor uns. So, komm, jetzt bitt mal den. Ich geh hier. Ja, ein Minion, die Mitte ist wieder da. Ich könnte wieder hinrennen, nicht die Jungle und die Daumen machen. Wenn der jetzt nach oben... Oh, shit, da ist Kartus. Tim, kommst du? Ups. Oh, das ist ne ganz blöde Position hier. Lux macht Watt. Ich mach den Inhabitor von mir. Die Watt-Lane. Mach dann mal ein Watt da, ja? Auf einmal kommt da so ne Lux, ne? Im Jungle wieder. Die haben... Die müssen ja. Die müssen ja. Die haben. Die kommen dann immer um die nächste Ecke und ja... Irgendeiner von denen hat auch ne Warwick-Passive. Oh, Galio ist so tot. Nein! Äh, die Warwick-Passive müsste... Messe haben. Galio ist so gut wie tot, aber wieder entkommen. Jetzt geh einfach die beiden. Wir haben Super Minions. Schön, aber wir müssen auch mal pushen mit unseren Super Minions. Ja, wir müssen jetzt erst mal diese Tower hier setzen. Ja, ja. Dann müssen wir Watt-Lane gehen. Ja, ja. Dann haben wir die Super Minions länger. Ich bin gesilenced. Tausend Jahre lang. Ich jungle ein bisschen. Nein, Joel! Push die Waves hier. Push die Waves, Joel. Du darfst ja jetzt nicht junglen. Ich jungle ein bisschen, ey. Du bist ja komisch. Weyra Ulti auf Maisa. Junge. Du kannst... ...jinks sehen, dass Weyra tot ist. Aber das ist eher was für Fortgeschrittene, Fabio. Ja, ich wusste, aber ich dachte... Mann, ich meinte nur, wenn du wieder da bist. Mann, ich hab ihn eh schon mit meinem Mega-Growing Sixth Place geholt hier. Ja. Nice. Mach weh, 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 weh. Oh, da auch weiter. Benji hat's komplett aufgehalten, also. Ich kann wieder nix machen, die Lux kommt einfach. Ja, lauf doch. Bleib doch da nicht stehen. Ja, ja, naja, 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 naja. Das ist ja wahr. Ich will den Maisa halt machen. Fabio, wenn du noch ein paar Bomben drauf machst, dann... Anivia. Oh, ey. Ja. Das ist ja auch ein paar Eier, die jetzt echt nicht erwartet hier. Oh. Oh, 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 oh. Du, du, mann! Das war ein Zwei? Alter! Los, Tim! Das dazu, dass man Lux in Late Game noch machen kann. Weißt du, wäre ein Ulti davon gewesen wäre. Okay, aber zwei... Ich def-Bot. Ich def-Bot. Ich push top. Ich geh back und TP mich. Die Bots tun jetzt ihr Fing her. Nooo! Wir müssen jetzt einfach nur mit den Bots zusammen pushen, weil wir haben halt... Abio, nimm mal die Waves noch mit. Jo. Wir müssen ja defen, wir müssen ja defen, wir müssen ja defen. Soll ich trapphischen? Na 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 na... Ich kann mal so hier machen. Ja komm, den Ding bekommt er, den Ding da, ja, super! Ok. Wie schnell der die machen kann. Ach ja! um denn die müssen der Kieler der Zerp würde morgen er aber ich bin so in die Machen sie ist immer meine Zeit einfach die Mühle ist hier in der Bay schon aufhalten alle soll ich das machen wenn jemand den Galio abholen nö nach dem Klaus als er und scheiß selbst eine ulti sie sind nicht mehr meine Wicht macht 500 Schaden 699 Schaden macht die trotzdem hat es dem Galio nichts gemacht sehr schön das haben wir fast das haben wir ich kann jetzt kurz den Nexus Action machen ne mach den erstmal down das ist gut lasst die erstmal alle rauskommen und versteckt uns im Jungle ja wir müssen jetzt wir können dann so machen den Klaus raus das ist traurig ja gut die Antivision halten ist ja bisschen blöd ne aber die können das kaum deffen die können das kaum deffen wenn wir jetzt noch kommen gleich alle zusammen dann können das finde ich relativ gut dürfen noch natürlich ist ein krass ist in dem Wurz ja aber wenn wir jetzt kommen dann können sie sich nicht mehr das Spiel auskommt also mal ich finde es ist weil du und ich sie macht es ruhig und hast du ich hab ihn muss ich habe meine Ultime für ein Sekund ok komm die machen weil das gar nicht doch nicht die Ländischen damit hat er niemand gerechnet dass die Morgene auch noch unsichtbar dasteht das ist und verkeilt hat einfach so viel mann rechnen ja nein ohne dort hat man dafür eine Chance sowas will ich mir denn jetzt ich hab da jedenfalls ein Wort ich hab mir ne Schalki oh mein Wort oh mein Wort oh Gott you have earned a page in my book